Ich weiß nicht, wie du lebst, wenn einer sagt, komm ich den Stadion raus, dafür will ich das nehmen da unten. Ja, das ist nur eine Sache, irgendwie muss ich das finanzieren. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, das ist auch ein wenig verglichen. Ja, das hat irgendwie nicht verglichen. Ja, das geht. Die kann natürlich gar nicht durchs, nur irgendwie nicht nur so auf der Automassieren. Das ist gut. Und wenn du hier auf 1.4. Wie sieht du halt genau, oder haben so, zu betät. Das ist die 1.5. Und wenn du hier auf 1.4. Ja. Das geht aber auch schon. Wie gut. Gut geblieben. Ja, der hat sich da oben jetzt in so ein kleines Gästhaus bauen lassen. Das war jetzt für 8 Leute geblasen. Und das halbe Jahr hat er in Felden ein Strandbad. Über den Sommer. Ein guter Gesäger geworden. Nein, Gesäger geworden. Er hat sich auch ein junges philippinisches Football genommen. Das ist der Spreegrüße. Ja. So, dann. Jetzt bleibt. Lassen wir mal die Seiten aus. Mit der Lücke los. Ja, genau. Wie geht das? Genau. Mit der Wälder ist die Das ist das mit dem Essen. Das ist das mit den Fügel. Das ist ja so teuer, so spinneteuer. Das ist einfach so. Ich sag ja mein Boot oder im Club. Unglaublich. Du weißt, dass die Tritteln mit reinzuttern. Das kann das nicht sein. Am ärgsten ist das Boden. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Aber die Boden war. Die schaut nach zwei Tagen wieder aus. Das ist ein Wahnsinn. Normalerweise schaut es so aus, wenn fünf Kinder da kommen. Ja. Unglaublich. Ist das ein richtig schmieriger Feinstopp? Oder was ist das? Die Feinstopp? Die Feinstopp. Die böse, böse Feinstopp. Der Feinstopp. Der Feinstopp. Der Feinrounder ist gleich Sodann Wetter. Bevor geht es auf einmal. Idle, Oma, üben. Langsam aufgangen, immer wieder nachgeschraubt. Untertitelung des ZDF, 2020